Hallo ihr Lese Ratten. Wir kommen gerade vom Bowling zurück und haha, bei den Nachbarn. Bei den Nachbarn war ein Paket für mich. Und zwar das Gewinnpaket vom Gruselmeer ist es nicht hübsch gestalt. Unten ist es nur schwarz, aber alles andere sieht einfach schon mal total genial aus. Und das machen wir jetzt mal gemeinsam auf, würde ich sagen. Lasst die Hintergrundgeräusche nicht stören, der packt da auch geradeaus. Machen wir das in schlauer Weise. So, Cody, ich bin gespannt. Lasst euch zuerst gucken, wo sieht man was? Kann man was erkennen? Eine Serviette. Sehr gut. So, gut. Dann lüften wir doch mal das Geheimnis. Man sieht immer noch nichts. Nicht wirklich viel aus. Klasse gemacht. Oh, ist das schön. Stell es mal zur Seite. Oh, ich sehe schon was. Ich sehe schon was. Oh. Blätter sind da drin. Also so Kunstblätter, aber die sind ja natürlich auch richtig klasse. Und so eine Luftschlange. Ich muss erst mal gucken, wo ist alles hier. Das ist ein Zwischeregal. Ah. Es sind noch verpackte, die man noch nutzen kann. Also die andere kann man bestimmt auch nochmal benutzen, aber... Oh, Spinnenluftschlange habe ich noch nie gesehen. Klasse. Echt klasse. So. Ich nehme erst mal das hier. Eine Runde Wust. Ich glaube, da schlug gerade ein Blatt runter. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Doch hier. Blatt. Viele Menge Blätter. Ganz viele. Ah. Nochmal Luftschlangen. Kräuselt sich denn selber auf. Das hat irgendwas mitgegriffen, glaube ich. Tatsächlich. nicht. Okay. Oh, was haben wir hier noch? Ich mach mal Blätter. Ah, die sind da hübsch. Halloween-Serviaten. Halloween-Stempel. Haben wir ja da alles. Kürbisgruselhaus. Fledermäuse. Gruselbaum. Spinnennetz. Ähm. Katze. Nochmal Zwergkwüsse. Dann eine Spinne. Ah. Genial. Toll. 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 Was ist das denn? Ein Stift. Ein Knochenstift. Wie lustig. Was ist das denn? Nein. Nein. Teufelshörner Haarknummern. Genial. So, noch ein Blatt. Dann Fledermaus-Sticker und so weiter und so. Auch genial. Oh. Toll. Oh Gott. Oh. Riecht die? Die riecht sogar. Ein Teelicht. Da oben bin. So. Ah. Da sind noch zwei weitere Stifte. Verschiedene Knochen sogar. Toll. Oh Gott. Noch mehr Süßkram. Süßkram. Ganz viel Süßkram. So mehr Süßkram. So. Dann gibt es hier noch eine schöne Tasche. Happy Halloween. Noch was? Ja, das ist nur noch Süßkram. Okay. Haha. Hier geht es weiter. Totenkopf-Sticker. Wow. Ein wunderschönes Notizbuch. Mit Linien. Wie sieht man das überhaupt? Jetzt. Das ist ja total hübsch. Und das Gruselmeer als Taschenbuch. Oh. Ich freue mich. Ich freue mich sehr über das ganze Paket. Vielen, vielen Dank nochmal, dass ich gewinnen durfte quasi. Ähm. Ja. Das freut mich. Oh. Ein wunderschönes Paket. Vielen Dank ans Schreiben für diese Aktion. Und ich freue mich, wie gesagt, immer, dass ich gewonnen habe. Okay. Dann wünsche ich euch auch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Bye bye. Bye bye.